Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute wieder im Saarland unterwegs und zwar gehen wir da eine Traumschleife und zwar die Waldzeit. Diese Tour hat etwa zehn Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Wir wünschen euch einen guten Morgen. Guten Morgen. Sokneiden 3.0 Sokneiden 3.0 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute wieder im Saarland unterwegs und da gehen wir eine Traumschleife und zwar die Waldzeit. Diese Tour hat etwa 10 Kilometer und wenn ihr wissen... Okay, hat so schön geplatzt. Das war ein Schocker. Der hat dich gestört und geschockt.